ist halt auch schade wir wollen das ja eigentlich gar nicht ja kannst du aufschreiben wann du dich als unwürdig oder minderwertig empfindest warte dafür reicht die zeit nicht denkt einfach wie sehr du überlegen bist du gibst ein hervorragendes beispiel ab oder ist wieder sowas wo man wollen kann weil du mal wieder ein bisschen ja ja nachdem so mich hier gemobbt hat ich guck erstmal wo werde ich hinkriegen da oben fällst du schon ja weil fliegt ja du musst ihn auch holen ich bleibe auch extra hier drauf damit das wieder bleibt ja nur weil ich das welchen ab da kannst du mir ja geben gibt mir das welchen warum hast du das jetzt als hose an habe ich nicht auch bei mir sagst du das jetzt gerade als hose an gehabt du gehst damit nicht durch den grill oder warum nicht weil wir das ding sonst gleich nicht mehr haben oh man bin ich groß kommen wir hier rüber kommen wir hier über die wand ja jetzt springen kannst du das kriegen ich habe mich einfach gedruckt da bist du verloren das ding ist etwas doch nicht ich dachte das geht schneller aber ich verstehe ihr möchtet den test genießen ist das jetzt ist das jetzt die rache ist das jetzt die rache rache ist blutwurst oder wie war das die nachher ist roboter ich verstehe ich verstehe verdammt ich habe keine gummi bärchen vorbereitet keine gummi bärchen sind im schrank wisst ihr noch als ich sagte ihr werdet die einzigen die den kalibrierung bestanden hätten gelogen es gibt noch 5000 weitere testteams mit denen ihr in direkter konkurrenz steht aber keine sorge ihr führt hast du da wieder ein diesmal fällst du diesmal falle ich jetzt so trap wird zu trap wird zu trap und da soll man das wie eine hypnose drück den knopf habe ich tut mir leid ich habe fehler gemacht okay muss noch mal drück den knopf drück den anderen noch mal drücken beginnt in 321 also ich wollte ich fall da unheimlich gut oder so mit mir macht das jetzt auch ein bisschen und was möchte denn gar nichts wir können weiter ja was mit den anderen das war nur für den jonglierter stimmt mit mehreren wird das nicht funktionieren glaube ich aber dann wird auch noch rein naja der dritte hat alles aus dem gleichgewicht die wollen jetzt gleich wieder rein ja ich habe den einen aber schon wieder reinschmeißen müssen die fallen alle wieder selbst rein das passt schon sehr gut na jetzt nicht jetzt eine rausgefallen dann machen wir dann machen wir es doch anders dann machen wir es hier nochmal zwei portale ane da ist ja eine linie verdammt das funktioniert das ja nicht okay nein nehme ich den jetzt einfach mit du bist eingesperrt auf zur nächsten kammer die kammer des schreckens aber bisher sind die tests noch recht recht simpel also wir sind ja auch erst in stufe 2 ja das stimmt das stimmt aber leider werden wir den den schleim bestimmt nicht nicht bis zum ende mit verfolgt ich wusste ihr würdet es schaffen wisst ihr wo ich war ich habe draußen ein springendes re beobachtet euch interessiert das was draußen passiert gar nicht oder stehst auch im weg und ja was draußen ist interessiert ihr kein leben hier in quarantäne zeiten oder sagen was was ist draußen ich kenne das nicht nein ich will diesmal so wird diesmal aber ich weiß noch nicht wo ich dich hinschießen muss das war eine portal fläche wir sehen so so au irgendeinem grund ist aber eine portal fläche geht zurück du musst das gleich nochmal machen sagt mir wann sagt mir wann ganz ganz fliegt kleine kugel fliegt aber das ziel gefunden ja jetzt musst du zurück ja und du musst mir den weg vorbereiten naja nee doch du musst noch mal runter nein du hättest einfach dahin nicht dahin schießen sollen wo du gerade eben hingeschossen hast verdammt einmal profis ja du kannst ja fertig ja wie soll ich das jetzt machen geht ja gar nicht mehr dass das wieder kaputt gemacht ja wir setzen noch mal zurück also ich habe ich habe wieder du schmeißt mich da ist blau leute du kriegst das und jetzt gehst du einfach da rein das ist die frage wie komme ich darüber ich weiß wie ja dann musst du das bestimmt machen oder ich mache das ok so fliegt fliegt mal eine runde und bringt mir den würfel mit nämlich legen wieder weg ok war aber warum ist offen ja aber da muss ich ja jetzt durch na also nicht vielleicht ja du musst ja auf dem würfel auf dem dicks bleiben ich habe hier portal flächen aber so lange der grill hier ist geht das doch gar nicht vielleicht um den würfel rüber zu geben machen wir auf bitte auch mal auf ich glaube ich habe den trick verstanden sind trick verstanden ja wir müssen den würfel zu dir schaffen dass der bei dir steht das heißt du kommst jetzt und nimmst mir den ab so ich fliegt gleich vor und du kommst nach ich fliegt vor du musst gleich nachkommen ich habe dir den weg geebnet immer das gleiche mit ihm bin mir nicht sicher ob das so stimmt aber das testen wir jetzt mit dir aus ja aber jetzt hast du gar kein ding bei dir oder doch was macht das ja hier gehen wir mal gehen wir mal da rein ihr nach dem kleinsten erfolgserlebnis schwachsinnige freudentänzer aufführt menschen und genau so sieht ihr gerade aus in euch steckt mehr seid ihr defekt sieht aus wie eine funktionsstörung kannst du auch tanzen seines mal welches ist denn tanzen das ist das ja genau das ist nicht mehr menschen machen das wunderbar hast du schön gemacht ihr werdet euch dabei wehtun und das wird mich in verzickung kommst du auch bin hier schon in der kammer des schreckens ja ja bin ja schon da keine bank bin ja schon da habe ich befürchtet ich wollte mir jetzt ein paar gummibärchen das ist aber unfair ich habe keine ja das ist aber noch und da uns like you problem niemand ist von anfang an perfekt selbst ich hatte einen makel man gab mir zu viel mit gefühl für menschliches leid aber ich habe mein handicap überwunden das meine ich war nämlich bin so so lieb die magst du bestimmt nicht das sind saure habe ich kein problem mit und sind in regenbogen form kannst du bestimmt gar nicht leiden ja was tut es wo willst du hin ich möchte probieren ob ich es auch alleine schaffen ich bin wieder hier oben gelandet aha okay ich weiß wie es funktionieren soll glaube ich aber ich kriegs grad nicht nicht geschossen kann ich da durchschießen hast du schnelle reaktionen ich ne du bist mister jump and run warum hast du mein portal gelöscht damit ich springen kann mach halt nicht ganz gut gemacht naja immerhin sind wir beide hier drüben zwar nicht wie geplant aber hallo ne ne komm bitte hier hoch na gut guck mal ich hab hier ein den wo ich mit drauf stecken okay willst du eine runde fliegen kannst du meinst du kriegst das hin ich krieg das hin ja du musst bloß dafür sorgen dass du hier rüber fliegst geh geh holen zurück du machst jetzt das gleiche wie wir hier rüber gekommen sind geh durch den grill wieder nach drüben achso ja genau und jetzt fliegt kurz fliegt ja ich bin hier oben und jetzt weißt du da ist die rüchte knöpple ja fliegt jetzt auch zu dir fliegt nicht doch fliegt jetzt fliegt zu mir sekunde bei mir meint jetzt kaspersky erfolgreich aktualisiert lasse ich einfach als traurig werden ja kannst du gerne haben also kommt vorbei so sind schon jetzt jetzt müssen wir kurz tauschen du musst die portale auf der seite machen ja gut obwohl eins hätte ja eigentlich gereicht ne ja ist ja ruhig grüß dich jetzt eigentlich meinen coolen move sehen was denn und zu